Etwa 50 Kilometer von Berlin entfernt mussten 600 Menschen in Brandenburg wegen eines riesigen Waldbrandes aus drei Dörfern evakuiert werden. Das Feuer war offenbar so groß wie 400 Fußballfelder. Es wurde befürchtet, dass auch Munition aus dem Zweiten Weltkrieg explodieren könne, was die Löscharbeiten der Feuerwehr sehr schwierig macht. Südlich von Potsdam wurden die Menschen, die ihre Häuser hatten verlassen müssen, über Nacht in treuen Brizen in einer Stadthalle untergebracht.